Die Schüsse, die sie töten! Seit dem letzten Spiel, oder auch kurz vor dem letzten Spiel, hat sich sehr viel noch getan im Kader des FC Winterthur. Ogi Saric können wir noch ein paar Spieler erwähnen. Zuerst einmal Josias Luque Mbila. Was kannst du zu ihm sagen? Ein Spieler, der die Schweiz kennt, was für uns sicher ein Vorteil ist. Extremer Speed, Torgefahr über die Seite, gut im 1-1, sucht die Tiefe, viel tiefe Laufwege, so wie wir ihn kennen, jetzt auch im Training so bestätigt, dass er eigentlich immer im Rücken vom Gegner zu finden ist und eigentlich genau das Profil, Flügelstürmer, das wir auch gesucht haben. Dann der Lukas Mühl. Ja, der Lukas Mühl, glaube ich, ein riesen CV. Ich kenne ihn schon sehr, sehr viele Jahre. Bundesliga gespielt mit Nürnberg, war Kapitän in Österreich bei Austria Wien. Das, glaube ich, sagt etwas aus über ihn als Person, ihn als Persönlichkeit. Er hat auch gleich hier gezeigt, dass er vom Coaching, von der Initiative, ein riesen Mehrwert und ein riesen Gewinn ist für uns als Team. Und ein Verteidiger, so wie wir uns auch gewünscht haben, gesucht haben, Kopfball stark, gut im 1-1 und von der Organisation am Feld, Mehrwert für uns. Der Labinot Bayrami. Ein richtiger Neunerstürmer. Unglaubliche Qualitäten in der Box. Ich finde, dass er sowohl Bälle festmachen kann, als auch Vollstrecker ist. Jetzt auch im Training das auch gezeigt. Ich bin extrem überzeugt von ihm. Wir sind extrem überzeugt von ihm und freuen uns auch, dass er jetzt für die Saison bei uns den Weg hier mit uns geht. Und der Fabian Frey? Ja, den Fabian kenne ich natürlich schon sehr lange. Ich freue mich extrem, dass er hier bei uns ist, weil er uns zum einen menschlich mit seinem CV, mit seiner Vergangenheit, mit seiner Erfahrung sehr viel geben kann. Ich habe sehr betont, uns als Staff, aber auch natürlich innerhalb der Kabine der Mannschaft und am Platz, glaube ich, technisch, am Platz, Thema Vororientierung, zwischen den Linien bewegen, Organisation, dem Spiel einen Rhythmus geben. Das sind ganz, ganz viele Themen, die er unglaublich gut beherrscht. Er bringt eine riesige Qualität hier mit rein. Und deshalb sind wir mega happy, dass er hier bei uns ist. Dann möchte ich hier auch noch den Roman Bues, der dieses Jahr noch nie gespielt hat und jetzt im Mannschaftstraining ist. Was kannst du zu ihm sagen? Er hat sich super fit gehalten. Er zeugt sich von einer unglaublichen Mentalität für den Romy, dass er im Ausdauerbereich sicher gut ist. Aber das eine ist der Ausdauerbereich. Das andere ist er natürlich immer fußballspezifisch. Da braucht er seine Zeit. Wäre auch abnormal, wenn es so nicht wäre. Er ist jetzt im Trainingsprozess bei uns mit drinnen. Macht es auch gut, aber sicher noch nicht das Thema, über ihn zu reden für Einsätze bei Mainz. Das braucht seine Zeit. Das ist ganz, ganz logisch. Er ist auf einem super Weg und für ihn persönlich sind wir mega froh, dass er überhaupt Fußball spielen kann. Das war ja vor ein paar Wochen auch das Thema. Ich glaube, das darf man in der ganzen Thematik nicht aus Acht lassen. Für ihn persönlich freut es uns ungemein, dass er da ist. Macht einen guten Eindruck, wird aber sicher noch auch seine Zeit brauchen. Dann ein Abgang noch, der Janik Schmid. Ja, der Janik hat sich hier, das muss man auch sagen, immer extrem professionell verhalten. Super Junge, auch ein guter Verteidiger, für den es sicher in der letzten Saison unglücklich gelaufen ist hier. Und deshalb dann auch diese Position war, wo wir jetzt in der Startelf keinen Wechsel machen wollten, nicht machen konnten. Und deshalb glaube ich, ist es absolut verständlich und okay und lief alles in bestem Einvernehmen, dass er auch mehr Spielzeit jetzt dann auch in der Challenge League bekommt. Jetzt mit dem Abgang und mit dem Zugang, wie hat sich die Team-Hierarchie verändert? Ja, ich glaube, das sind ja viele von den Spielern oder Spielerprofilen, sind Profile, die wir ja vor ein paar Wochen, Monaten schon gesucht haben. Deshalb ist es nicht eine grosse Veränderung, sondern eigentlich eine Besetzung von den Profilen, die wir haben wollten. Und wir sind ja froh, dass es jetzt so ist, dass wir die Typen auch mit drin haben, immer in dem Wissen, dass sie auch jetzt eine kurze Adaptionszeit brauchen. Wir hoffen, dass die extrem kurz ist und nicht lange andauert. Aber wir spüren natürlich in der Kabine, dass eine gewisse Dynamik entsteht, dass die Spieler, und das zeichnet den Charakter von der Mannschaft auch aus, die neun Spieler sehr gut aufnehmen und von der Erfahrung auch, von den zwei, drei Neuen, die riesige Erfahrung mitbringen, profitieren wollen. Also ich finde, dass ein positiver Hunger ist. Also dann spürst du auch den Schwung, den jetzt die reinbringen, auf die, die jetzt schon da gewesen sind? Ja, ich glaube, das muss auch so sein oder das sollte so sein, dass wir uns als Team befruchten und uns als Team, dass wir gemeinsam voneinander profitieren und das spüre ich auf alle Fälle. Jetzt steht am Samstag das Köp-Spiel gegen den FC Wiel. Der FC Wiel ist in Bezug auf den FC Winterthur so ein wenig wie der kleine Cousin. Der FC St. Gallo ist der Grossbruder vom FC Wiel und der FC Winterthur der Grosscousin. Was zeichst du der Brisanz, FC Wiel in Wiel? Also die Familienverhältnisse habe ich jetzt nicht gekannt, muss ich fairerweise sagen, aber ich bin mir bewusst, dass es Derby ist. Ich bin mir bewusst, dass ein paar Kilometer hier Distanz ist und das dann ein recht ausverkauftes Haus oder ausverkauftes Haus sein wird. Köp sowieso speziell und deshalb gehen wir das auch so an. Also wir gehen das maximal seriös an, wissen, dass wir da Topleistung bringen müssen, um weiterzukommen und das wollen wir morgen Abend dann auch aufs Feld bringen. Kannst du etwas sagen zur Kadersituation, weil es sind doch einige Spieler verletzt gewesen, ob jemand wieder zurück ist? Ja, wir haben jetzt heute auch im Training, waren wir wirklich fast vollzählig wieder am Platz. Wir werden dann entscheiden jetzt gemeinsam mit dem Staff, wen wir dann morgen wirklich aufbieten, für wen es noch zu früh ist. Aber jetzt rein von der verletzten Situation ist es so, dass Nishan Burkhardt, Fabi Rona, Alex Jankiewicz und Leuk Lüthi ausfallen. Ansonsten hätten wir eigentlich jetzt alle Mann auch zur Verfügung. Jetzt ist auch in der zweiten Hauptrunde das Köp-Spiel auf Kunstrasen und ihr habt auf Kunstrasen trainiert. Wie war das diese Woche? Ja, wir haben einen neuen Kunstrasen. Ist sicher jetzt für uns gut gewesen in der Vorbereitung auf das Match und ist uns dann auch wichtig, dass wir es maximal professionell vorbereiten und deshalb waren wir diese Woche auch auf Kunstrasen drauf. In den letzten Jahren hat der FC Winterthur in Wiel nicht unbedingt grosse Strick verrissen. Also man hat immer wieder Mühe gehabt, man hat dort fast noch den Aufstieg verspielt und knappes Unentscheid erreicht. Wie ist das in den Köpfen der Spieler, die dort noch dabei waren? Ich glaube es nicht, wir haben das jetzt auch nicht grossartig thematisiert, weil wir wissen ja so oder so, dass es jetzt kein Selbstläufer wird. Also wir haben Respekt vor dem Gegner und wollen uns auf eine gute Leistung von uns konzentrieren und wissen, dass es da, wie ich gesagt habe, super Leistung von uns braucht, um eine Runde weiterzukommen. In der Offensive war ja einer von den Kernpunkten der Schwierigkeiten des FC Winterthur in den letzten Wochen. Jetzt im Hinblick auf den Goethe-Matsch, was denkst du, was könnte da jetzt anders sein, auch mit diesen Zuzügen? Ja, sicher das Thema. Also wir haben ja viel darüber gesprochen, über Durchschlagskraft, über Individualität. Dann auch im letzten Drittel natürlich wollen wir die Jungs da hinbringen und da sind viele Lösungsansätze auch wichtig. Aber wir sind auch überzeugt, dass die Profile von den Spielern, sei es die Neuner, sei es die Flügel, sei es auch hinter dem Neuner, als Achter, Zehner, dass da sicher Profile sind, die uns in der Spielidee weiterhelfen und dass dann auch die Jungs, die die Wochen davor dort gespielt haben, auf ihren Entwicklungsprozess weiter dranbleiben müssen und auch weiter dranbleiben werden. Und wir gemeinsam mit ihnen ihnen auch weiterhin die Chance trotzdem immer wieder geben wollen, dass auch sie hier einen Platz bei uns haben. Und weil es ein Derby ist, man ist in der Nähe, was erhoffst du von den Fans vom FC Winterthur? Ja, so wie immer, weil ich finde, dass wir grossartige Fans haben und wenn man jetzt auch nur die Flyer und die Informationen davor sieht und hört, wie viele Leute wahrscheinlich morgen Abend dort sind, dann glaube ich, haben wir ein unfassbar tolles Publikum, tolle Fans und ich freue mich, dass sie uns morgen unterstützen und ich habe es eh gesagt, ich glaube, es geht immer nur gemeinsam. Die Jungs brauchen die Unterstützung von den Fans, die sie auch jetzt immer gespürt haben und genau so, glaube ich, muss es bei den Fans, bei der Mannschaft und in der Stadt selbst auch sein. Danke vielmals, Ogi Saric. Danke auch. Ich wünsche dir das Weiterkommen und der Mannschaft auch und dem Klub auch. Merci. Danke. Danke.